www.planetnomads.de die sind hier für die tür da können wir zwei machen machen wir auch mal und den einen machen wir auch ach so ja zwei ging nicht müssen wir wieder zurück dann geht's dann müssen wir ressourcen haben die tür brauchen wir einmal und da brauchen wir zwar also vier mal glas gut dann das ist glaube nichts oder das ist nichts lassen wir mal so ein großes loch da gut dann gehen wir mal hier gucken ob da irgendwo was ist das wasser da ist ein stein aber kommen wir nicht daran zu weit weg gucken wir mal was kriegen hier da vorne bei unserer rettungskapsel da ist ja noch was zum abbauen hier ist was jo eisen kommt da raus und kohlenstoff aber mehr leider nicht ich brauche noch silizium und dann immer die batterie runter das ist auch doof da müssen wir auch was machen kommt immer das gleiche raus leider kein silizium ok wir brauchen das auch so ist nicht nehmen wir mal noch ein bisschen mit also woanders gucken hier war was da sieht man da waren wir schon dran da ist da oben noch einmal gut wo finden wir das durch hier mal runter gucken ob da irgendwas zu sehen ist hier da ist ein stein also hinter dem busch war der da gucken ob wir was kriegen batterie leer und da haben wir welches gekriegt wieder batterie leer immer komm nix raus mehr das ist jetzt voll doof stein geht kaputt aber ich krieg nichts und die batterie ist immer leer und so weg naja zwei einheiten mehr nicht was das kommen immer an vielleicht haben wir da ja glück batterie wieder leer eisen bringt es jetzt auch nicht wirklich immer noch was da raus da kam jetzt gar nix gut nix da ist auch nix dann gucken wir mal hier weiter hier schön im schatten der sieht so anders aus lass uns den mal testen batterie leer da hat auch nix gebracht ne schön ja kann man gerade was essen wir haben jetzt nichts zu trinken mit ne auch wieder gut gelaufen ja schlafen müssen wir auch trinken wollen wir essen geht haben wir mit nochmal nehmen lass uns gerade mal gucken ob hier was ist ist aber nix zu sehen ist das da drüben ja was das hier ist das kohle komm ich nicht dran das ist doch auch sowas oder das ist nix sieht nur so aus gehen wir mal nach oben ob wir da rüber kommen und das machen können okay jetzt sind wir richtig durstig das heißt wir sind langsamer auch doof ich glaube wir müssen zurück gehen da kommen wir auch nicht dran dann gucken wir zu dass wir was dringend kriegen noch noch Vielleicht ist da im Container was drin, aber wissen tue ich es auch nicht. Ich will es hoffen. So, da. Nö, nur dreckiges Wasser. Dann nehmen wir das erst. Okay, jetzt ist der Mono dabei. So, was ist es? Dann geht es wieder. Na, das war jetzt nur, weil wir zu niedrig waren, ne? Nehmen wir Wasser und, ach so, müssen wir es mal richtig positionieren. Da hin und da hin und dann können wir hier in der Essensmaschine hier, können wir dann da was machen. Ja, da ist es auch zweimal Wasser drin, ne? Wunderbar. Naja, dann können wir auf jeden Fall mehr Wasser machen. Also, jetzt nicht salziges, ne? Sondern frisches. Machen wir mal drei. Den nehmen wir noch mit. Und da können wir jetzt mal was essen. Ja, das dreckige Wasser kann man erst mal wieder weglegen. Und nehmen wir noch mal eine Nahrung hier. Trinken müssen wir auch noch was. Jetzt ist es weg. Es fehlt noch Essen. Geht noch. Hm. Ach so, das ist Hausgruhen, ne? Stamina. Müssen wir noch schlafen. Lass uns mal noch Wasser hier rausnehmen. Ne, warte mal. Lass mal ins Inventar gucken, ob wir noch Wasser brauchen. Ne, brauchen wir gar nicht 81. Wir müssen nur essen. Nehmen wir noch Essen zu uns. Und da müssen wir schlafen, ne? Das ist wichtig. Lass uns zur Rettungskapsel gehen. Da unten. Dann da rein. Aber wir können erst noch ein bisschen was essen. Weil das fällt uns auch runter, ne? Während des Schlaf sinkt das ja auch. Das können wir noch... Das können wir noch... Ne, das ist auch nichts zu essen, ne? Das ist es. Da gibt es noch was zu essen, aber... Das ist... Lassen wir mal für Notfälle. Ja, da brauchen wir das besser. Jetzt haben wir ja keine Probleme. Jetzt können wir das Essen. Zeitlich. Das ist zwar mühsam, aber es geht. So. Nochmal. Ja, los. Zack. Nochmal. 52. Der steigt da oben auch, wenn ich da was esse jetzt. Sehe ich gerade. 15 haben wir jetzt. Ne, steigt sowieso. Okay. Aber gerade uns nicht bewegen in der Kapsel sind. Keine Ahnung. 55. Jetzt müssen wir doch nochmal einen nehmen. Jetzt nehmen wir noch einen und einen Schlaf und noch einen, ne? So. Leertaste. Und ja. Gesundheit geht jetzt hoch. Oder ausgeruht sind wir jetzt. Ja. Aber wir haben Hunger und deswegen sind wir auch aufgewacht, ne? Kann das sein? Ich glaube, der wacht dann auch vorm knurrenden Magen. Erstmal noch was. Aber 100 war auch sowieso schon, ne? Also. Das passte schon. So, gehen wir raus. Und draußen ist jetzt dunkel. Ja. Lass uns mal gerade hier noch reingehen. Da geht nix. Das ist klar. Aber das. In der Dingens im Container, da haben wir noch mehr von der Biomasse. Die nehmen wir jetzt erstmal und machen was, ne? Alles da rein. Alles da rein. Bieromasse. Da rein und auswählen und alles. 16 Stück gut. Dann nehmen wir den letzten noch. Raus. Inventar. Das ist gut. Das ist ein bisschen wenig. Da müssen wir noch was haben. Aber das geht jetzt gerade nicht. Können wir hier was dran bauen? Glas ist da. Geht nicht. Drei Teile brauchen wir da. Das andere geht gar nicht hier, ne? Das mechanische Bauteil gibt's hier gar nicht. Gut. Dann müssen wir da den mittleren nehmen. Den haben wir da hinten gebaut. Was ist im Gewächshaus drin, ne? Okay. Dann haben wir einmal Früchte. Und Kräuter. Aber das ist aus Einmal Samen entstanden. Das ist auch nicht so dolle, ne? Haben wir großgezogen. Aber irgendwie toll ist das nicht. Geben wir da ein. Und dann machen wir hier die Mechanical Parts. Die mechanischen Bauteile. Ach, die haben wir schon gemacht. Okay. Und einmal Glas haben wir auch. Und dann da. Oh, da geht einer bei dem Kleinen nicht. Das heißt, hier sind weniger Ressourcen nötig. Okay. Jetzt können wir die Tür reparieren. Da ist er. So noch ein klein bisschen weitermachen, dass er fertig ist. Geht nicht von alleine auf. Da hat sich was geändert. Öffnen mit E. Ah, muss ich länger drücken. Okay. Und rein und raus geht. Aber die Tür müssen wir auch zu machen. Nix Automatik. Die gibt's wohl später. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Den liegt ein Stein, oder? Da müssen wir nebenher gehen, sonst fallen wir da runter. Ne, das ist gar kein Stein. Das ist ein Baumstumpf. Ja. Gut. Ähm, ja. Nichts hier. Was machen wir jetzt? Den abbauen, ne? Mal was sehen. Gut. Gehen wir mal runter ein bisschen. Da sieht man auch nichts an der Wand. Hier noch runter weiter. Da hinten ist was, oder? Da. Lassen wir mal hin. Ein bisschen schwimmen. Aber wir tauchen mehr. Okay, gucken, ob das geht. Kommen wir hier hoch. Ah, irgendwie kann ich es nicht erbauen. Mal hochfliegen. Ah, na. Mal gleich wieder reingeplumpst. Hm. Ich komme schon raus jetzt hier. Wo kommen wir denn raus? Da? Ne, da ist auch eine hohe Wand. Da geht's aber. Ja, das ist die Stelle, von wo wir gekommen sind, oder? Ja. Dann gehen wir hier rum und dann müssen wir das da auch hinkriegen, oder? Im Wasser geht's etwas schwierig. Das war doch hier irgendwo jetzt, oder? Da ist es doch. Kommen wir da jetzt dran? Nein. Dann müssen wir jetzt da rüberfliegen. Und hier geht's jetzt. So, können wir abbauen, aber... Eisen. Alles Eisen. Und wird auch immer leer. Ja. Keiner, kein Silizium. Das ist überall immer das gleiche drin, oder? Hm. Und das entlädt sich viel zu schnell, ne? Ja. Ich denke mal, ich baue das hier gleich weiter ab. Und, ja. Ihr seht uns dann... Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.